Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Es gibt ein neues Update in der Julianko und Bibis Beauty Palace Story. Bibi hat etwas in ihrer Story gepostet bei Instagram. Hallo ihr Lieben, ihr habt es ja schon von Julians Story gehört. Ja, wir beide sind nicht mehr zusammen. Natürlich stehen die Kinder immer und für uns immer an der allerersten Stelle bei uns. Ich weiß, dass euch viele Fragen beschäftigen. Ich möchte euch dennoch um Verständnis bitten, dass jeder Mensch seine Privatsphäre braucht. Eure Bibi. Bis gestern hatten beide auch noch den jeweils anderen in ihrem Instagram-Profil markiert mit Herzchen. Das haben die beiden nun auch gelöscht. Was sagt ihr dazu? Es gehen ja aktuell auch die Gerüchte rum, dass das alles nur inszeniert sein soll und die beiden das nur als Prank für ein neues Video machen. Eure Meinung dazu könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.